Die Eröffnung des Handels in einem neuen Titel ist ein spezielles Ereignis, umso mehr, wenn es sich um eine Firma wie diese hier handelt. Wir betreiben nicht nur eines der fortschlichtlichsten Handelssysteme weltweit, es hat sich in den vergangenen 20 Jahren auch insbesondere durch sehr, sehr hohe Verfügbarkeit und höchste Integrität ausgezeichnet. Das Ziel hier ist ein Level Playing Field, Fairness und Transparenz zum Schutze der Anleger, aber auch zum Schutze der kodierten Firmen. Der Börsengang ist, man hat es auch erst im Laufe der Tätigkeiten gesehen, für das Unternehmen extrem wichtig. Wir waren erstaunt zu sehen, wie sich das Orderbook entwickelt hat. Das war atemberaubend. Wir sind achtmal grösser als die Nummer zwei und das spricht eigentlich für sich. Heute machen wir die größte Börseneinführung in Europa year to date. Alles Gute für die Zukunft als kodiertes Unternehmen. Es gibt eigentlich kein schöneres Willkommen an der Börse als einen guten Preis. Ich wünsche Ihnen, dass der neue Status als Listed Company Ihnen hilft, Ihre künftigen Pläne zu verwirklichen. Ich wünsche Ihnen, dass der neue Status für die Zukunft ist. Ich wünsche Ihnen, dass der neue